Schluss mit langen Schlechtwetterpausen. Die Lösung, HAVO-Produkte in Wintereinstellung, speziell für die Verarbeitung bei Kälte und Feuchte. Ist die Temperatur mal gerade über dem Gefrierpunkt? Kein Problem. Beträgt die relative Luftfeuchte bis zu 95%? Können Sie ignorieren. Kurzer Nachtfrost bis minus 1 Grad Celsius. Macht nichts. Leichte Regenbelastung der Fassade schon nach ca. 6 Stunden? Ist einerlei. Ein Fall für die HAVO-Produkte in Wintereinstellung. Durch ihre spezielle Rezeptierung sind diese selbst bei widrigem Wetter problemlos verarbeitbar. Schluss mit dem Warten auf gutes Arbeitswetter. Schluss mit zusätzlichen Kosten für Gerüste und Gerätemiete. Schlechtes Wetter mit Kälte, Nebel oder kurzzeitigem Nieseregen. Kein Problem mit den HAVO-Farben, Putzen und Klebe und Armierungsmassen in Wintereinstellung. Einstellungen. Kälte-Farben Untertitelung des ZDF, 2020